Hallo, das ist der Feel Good Podcast, Solo-Folge, obwohl es nicht ganz eine Solo-Folge ist, ich bin nicht ganz allein, sondern ich habe meine bessere Hälfte, sagt man so schön, habe ich neben mir, möchtest du etwas sagen? Hallo. Hallo, komm jetzt näher, sonst wird es sehr mühsam mit dem Mikrofon, weil wir sitzen ja immer mindestens drei Meter voneinander entfernt, sonst ist es nicht gut. Und weil ich ja jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander eine Solo-Folge machen muss, habe ich gefunden, es ist nicht ganz eine Solo-Folge, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe dich nicht gezwungen, dass du jetzt da mitschwätzst. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es klingt auch nicht so, als wärst du jetzt gerade das Geisslein. Nein, null. Überhaupt nicht. Ähm, also, ich habe gedacht, normalerweise sage ich ja immer Feel Goods. Oh nein. Okay. Hast du ein Feel Goods? Okay, wieso lachst du mir aus? Ich lache dich nicht aus, sondern ich weiss nicht, wie oft du Feel Goods an sich hast. Ui, was heisst das? Du weisst genau. Okay. Ähm, ich habe mega viel. Also? Es ist gerade, letztens habe ich das gesagt, äh, Lernen. Okay, das klingt super nicht sympathisch, aber du weisst, was ich meine. Einfach wieder das mache, was ich mega gerne mache, einfach über die Römer lesen. Weil du bist noch Teilzeit im Studium, muss man dazu sagen. Ja, ich mache seit etwa 17 Jahren Master für das Wurst, genau, in Geschichte und Kunstgeschichte. Und, ähm, mein Lieblingsthema sind die alten Römer. Genau. Darum sollen wir ja auch Gladiator schauen. Darum, ja. Gladiator 2. Ja. Und man darf natürlich nichts spoilern, obwohl, was gibt es schon gross zum Spoilern? Eine dünne Geschichte. Sehr dünn. Aber, äh… Aber grossartig. Sehr unterhaltsam. Mega. Gut einschlachten. Gut. Aber zurück zum Lernen, wie du sagst. Ja. Was heisst du, Lernen? Ja. Das Thema haben wir seit vier Jahren. Ja. Lernen. Mhm. Ich bin am Lernen. Ja. Aber das heisst doch, Lernen heisst doch, du bringst jemandem etwas bei. Ja, im Hochdeutschen. Aber im Baseldeutschen ist Lernen und Lernen immer Lernen. Und gibt's Lernen gar nicht? Mhm. Also, jedes Mal, wenn ich sage, ich bin am Lernen, bist du so… Nein, nicht so schlimm. Ich habe jetzt wirklich nur gesagt, ich habe jetzt extra auch Lernen gesagt. Okay. Ähm, also wenn ich die, wenn ich die lehre, dann, je nach Thema finde ich, ja, es fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich auch nachher gut an, du hast irgendetwas gemacht und du weisst mehr, was immer gut ist. Ja. Das ist ein grosses Feelgood für mich. Ich glaube, darum bin ich schon so lange am Master. Das ist lustig, weil ich würde nie im Leben das als Feelgood sehen, weil es für mich ja nur verbunden ist mit allem, was ich nicht habe in meinem Leben machen wollte. aber ich habe ja so Rabbit-Holes. Mhm. Ja, es ist dasselbe. Eben, wenn du jetzt irgendwie ein Thema findest, das dich mega interessiert, oder? Und du gehst einfach weiter und weiter und weiter. Genau. Und dann denke ich so, gut, dann bin ich ja sehr oft am Lernen, weil ich einfach so nicht spannende, keine Ahnung, Formel 1-Geschichte bis zum Gittert mehr recherchiere. Absolut. Und dann habe ich halt über das gelehrt. Voll. Und ich muss dazu sagen, in der Schule ist es mir auch nicht so gegangen. Ja. Ich habe es gehasst. Ich habe es aber nie gemacht. Gut, wir hatten für eine Zeit lang den gleichen Geschichtslehrer. Was haben wir gehabt? Ähm, warte, ich sage es schon. Oh Gott! Stimmt! Wo übrigens... Oh Gott! Wo übrigens nicht mehr so heisst. Hast du das gewusst? Nein. Ich habe... Das ist so lustig. Ich habe... Achtung. Ich habe im Balz, im Open Mic von Matteo, ihren Auftritt gehabt, und er hat im Crowdwork mit ein paar geredet, die an unsere alte Schule gehen. Mhm. Und als ich auf BUNIB war, dachte ich, ich muss jetzt auch mit denen reden. Und ich so, was haben die noch für Lehrer und Lehrerinnen, die ich vielleicht kenne? So. Und dann frage ich natürlich irgendwann wegen Persona X, oder? Und die so, nein. Und sie aber dann so sehr deutlich einen anderen Namen gesagt. Und irgendwann findet man raus... Nein. Mhm. Ah! Ich weiss wieso! Natürlich. Heiraten. Ich nehme es auch an, ja. Oh Gott. Natürlich macht... Ja, ja. Das ist auch das, was ich gesagt habe. Das ist nicht schlimm. Das ist ja absolut okay. Absolut. Aber es passt irgendwie. Wenn man ihn kennt, dann denkt man, ja. Ja, und da hat man komischerweise die Freude an Geschichte nicht genommen. Mir schon. Du hast es davor gesehen, ja, ja. Ich verstehe das voll. Er ist nicht ein guter Lehrer. Okay, sorry. Anyway. Aber, also, das ist dir viel gut. Es ist eins von vielen, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wie merkst du das im Moment, dass es dir denn so gut geht? Oder ist es dann danach... Muss man dann irgendwann aufhören? Ja, es kommt schon darauf auf die Situation. Also, wenn ich morgen eine Prüfung habe, und ich muss jetzt noch reinleeren, dann macht es nicht mega viel Spass. Aber wenn ich einfach so für mich mega Zeit habe, dann fühlt es wirklich in diesem Moment mega gut an. Und ich glaube, es ist auch so ein Ding, dass es etwas repariert von meiner alten Schulzeit. Mhm. Weil ich immer das Gefühl hatte, wieso können die anderen alles, und ich checke es nicht. Weil ich einfach nicht gelernt habe. Gelernt habe. Und darum, wenn ich jetzt merke, hey, es geht ja doch irgendwie... Beruhigt mich das sehr. Streberin. Hey, 100 pro. Aber erst ab 30. Ja. Darum zählt es mir nicht. Das ist schön. Also, das ist in dem Fall die Feelgood. Ja. Und ich habe gedacht, ich nehme eins, das gerade sehr, sehr aktuell ist. An dem Freitag... Wie viel das hat? Am 22. November. Ähm... Also, es sind eigentlich zwei Teile. Der erste Teil vom Feelgood ist Schnee an sich. Ich finde immer toll, wenn es schneit. Aber was mir fast noch ein besseres Gefühl gibt, ist, dass die Schweiz jedes Mal so tut, als wäre es das allererste Mal überhaupt, dass es geschneit hat. Wirklich so absoluter Ausnahmezustand. Nachdem es drei Tage vorher schon geheißen hat... Übrigens, Kunden in der Schnee. Am Sonntag. Genau. Das war ganz genau angekündigt. Also, auch der ÖV hätte sich vorbereiten können. Ja. Über die Nacht konnten sie so Gummipneu an ihre Schienen... Ist das die Lösung für den Schneefahren? Ich weiss nicht. Okay, ich weiss es auch nicht. Oder Schneeketten. Schneeketten auf ihre... Tram? Ja. Ich glaube nicht. Nein. Nein. Wie kann sich ein Tram vorbereiten? Ich habe keine Ahnung. Sind es beheizte Schienen? Ich weiss es wirklich nicht. Aber wenn es halt mega viel Schnee hat, musst du das irgendwie wegliegen. Und dann gibt es ja... Ah, es gibt doch die Schneepflugdinger auf den Schienen. Das stimmt. Die hätte dafür dürfen... Gerade, wo es angefangen hat Schnee, schon könnte draufstehen. Dass die vor dem Tram durchfahren. Vor jedem Tram einen. Ja. Wir haben gestern einen gesehen, der ist ganz herzlich gesehen, mit dem kleinsten Schneepflug aller Zeiten. Aber wirklich so gross wie ein Smart. Auf der Straße musste er irgendwie um die Zähne zogen. Dann musste er den Schnee wegkommen. Für das am 11. Ich glaube nicht viel wieder gelegen ist. Und wahrscheinlich unten dran eine schöne Eisschicht. Damit man dann ja ausrutscht. Das... Was ist noch? Alle gehen Reifen wechseln. Weil das hat man ja nicht schon gemacht... Was sagt man immer? September, Oktober. Und ich bin auch immer spät. Und trotzdem habe ich es schon... Mit Ende November. Und äh... Und Schuhe. Gutes Schuhewerk. War auch noch etwas. Ja. Ich war gestern sehr viel am Umrutschen mit ihren dünnen Summottonschielen. Du bist fast nicht nach Hause gekommen. Nein. Aber mit guten Schuhen. Bin ich fast nicht nach Hause gekommen. Du bist dann noch gelaufen? Ja, ich bin gelaufen. Weil der Busverkehr ist eingestellt worden. Einfach, ja. Wie man es so macht. Man hat einfach keinen Bock mehr gehabt. Aber geil ist, dass es gar niemand wirklich geschrieben war und Leute einfach auf ihre Busse gewartet haben. Es ist immer geschrieben. Ja, es geht irgendwie noch weniger als 5 Minuten. Es sind 20 Minuten. Und dann sind einfach immer mehr Leute an der Busstation gewesen. Und es ist einfach nichts gekommen. Also, irgendwie finde ich das... Irgendwie ist das auch viel gut. Ich finde das einfach so unglaublich lustig. Ich muss immer dazu sagen, sofern nichts Schlimmes passiert. Ja, also, das ist ja klar. Dass man das noch... Ja, und nichts Schlimmes verpasst mit dem, dass man nicht nach Hause kommt oder so. Ach jo, die kommen ja schon irgendwann nach Hause. Ja, aber eben, es gibt Leute, die müssen nach Hause sein, weil ihre Kinder dann nach Hause kommen und so. Und dann bist du irgendwo stuck. Das ist schon so ein Mittel. Das ist so. Aber ich meine mehr so, dass die Leute grundsätzlich nicht vorbereitet sind. Ja, das ist sehr lustig. Das finde ich viel lustiger. Und ich muss dann nachher mal schauen, wie ich mein Auto überhaupt frei kriege. Ich habe eine Basen. Eine Basen? Ja. Sehr gut. Also mit einer Basen und... Und Handschuhe. Und ich würde deine Kinder noch fragen, ob sie Lust haben, mein Auto frei zu räumen. Das ist Taschengeld so. Ja, finde ich gut. Das ist Taschengeld. Dann war es ja Arbeitsbezahlte. Ja. Das sollte ja auch nicht sein. Sondern es müsste ein freiwilliger... Freiwilliger Plausch. Okay. Du schaust mal, wie sie ihnen verkauft. Schnee? Etwas mit Schnee? Ja. Wahrscheinlich funktioniert es. Ich weiss einfach nicht, ob es deinem Auto mega gut tut. Okay. Ich nehme auf der Basen. Und dann freiräumen. So. Das ist also mein Feelgut. Hast du noch sonst eins? Du musst mich jetzt auch anschauen. Ist okay, wenn dann nicht... Also ich habe ganz viel, aber jetzt fällt mir ganz spontan. Ja doch, Backen. Oh. Ja. Backen ist sehr entspannend für mich. Du backst auch sehr gut, muss ich sagen. Danke vielmals. Ja, weil ich back gerne, aber ich esse nicht gerne backtes Zeug. Ja. Ja. Darum verteile ich das dann weiter, vor allem dir. Which is nice. Ja. Bitte. Ja, danke. Okay. Ähm. Heute nicht so viel gut ist der Kater gesehen, muss ich sagen. Jetzt ist er... Also der Tierkater. Genau. Richtig. Die Katze. Das Katzli. Das Büsli. Das Büsli. Jetzt ist es natürlich super herzig, weil jetzt pennt er da mit seinen Pfötchen in der Luft und ist so mit den Augen zu. Aber heute Morgen... Man macht es natürlich nicht. Aber er hätte ihn schon an eine Wand schmeissen können. Wow. Okay. Was? Ja, ich meine, er nervt schon. Aber... Und eine Wand schmeissen. Jo. Also das haben die Leute früher eh immer gemacht. So, sagst du nicht. Die Leute haben früher Katze an die Wand geschossen? Sicher. Okay. Ich meine, ich habe es noch in keinem Geschichtsbuch gelesen, aber wenn du das sagst... Ja, das ist natürlich etwas, was man nicht ins Geschichtsbuch schreibt. Das haben sich die Leute natürlich geschämt dann. Ah, okay. Was? Ich habe es ja nicht gemacht. Nein, nein. Ich bin mega froh. Nein, überhaupt nicht. Ich war sehr lieb zu ihm. Ja, das stimmt. Aber er hat schon genervt. Er hat mega genervt. Nicht viel mehr zu sagen. Nein, nein. Ich schaue ihn jetzt gerade an. Er hat es gerade gewusst. Er hat jetzt umso harziger. Er hat jetzt seine Pfötchen gestreckt. Toe beans. Ja, wirklich. Also, hm, ah, sorry. Aber wie kann man so fest nerven? Also, als würde ich es extra machen. Ich habe fest keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. Genau, aber noch mehr. Zum Teil. Zum Teil. Aber die haben ja auch bewusst sie. Das heißt, sie sind sich zum Teil auch bewusst, dass sie nerven. Oder? Ja. Ja, das macht es schlimmer. Genau. Und was ich da faszinierend finde, ist, er macht so als Wüster, dass er wirklich alles, was er macht, dass er nerven. Aber ich glaube nicht, dass er es checkt. Nein, ich habe da checkt nicht viel. Aber, who knows. Und das ist dann so frustrierend, weil du kannst ja nicht kommunizieren. Ja. Ja. Jetzt pennt er einfach. Also, ähm, wir haben sicher noch, ähm, ich weiss es sogar, dass wir noch Nachrichten haben, die man beantworten muss. Willst du da dabei sein? Ja, ich muss ja aus dem Zimmer. Nein, nein, nein. Aber vielleicht kannst du ja auch noch etwas dazu sagen. Who knows. Also. Und zwar gehen wir zuerst einmal zu den Mails. Und dann haben wir eine Nachricht von Isabel, die das letzte Mal erzählt hat, wie boomerartig sie ist. Und jetzt hat sie... Willst du vorlesen? Ich bin immer so schlecht im Vorlesen. Ich glaube ja auch schlecht, aber ich probiere es schon sonst. Findest du auch, ich bin schlecht im Vorlesen? Nein, finde ich gerne. Wirklich? Ich habe immer das Gefühl, es ist so richtig anstrengend, wenn ich etwas vorlese. Null. Nein, lese du vor. Also, dann lese ich vor. Lieber Joel, wieder ich dieses Mal, aber eine etwas kürzere Mail. Ich war gestern mit meiner besten Freundin an einem Konzert, wo man anscheinend neben dem normalen Eintritt auch ein Meet & Greet hätte buchen können, was wir aber nicht hatten. Da haben wir dann etwas darüber diskutiert, bei wem wir wohl ein Meet & Greet buchen würden, wenn uns keine Grenzen gesetzt wären. Das finde ich eine spannende Frage, die ich gerne stellen möchte. Bei welchem Künstler oder Künstlerin, Sanger, Comedian, Autor etc. Würdest du gerne ein Meet & Greet buchen wollen? Sowohl nach Lebenden als auch schon Verstorbenen? Nein. Ich bin gespannt auf deine Antwort. Herzliche Grüße, Isabel. Das ist eine mega coole Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine, wo man eigentlich ein bisschen darüber nachdenken muss. Weisst du, das ist ja so, das ist eine, wie wenn du es dann neu mehr eingibst und entdrückst. Dann ist es fettig. Genau. Dann ist es so. Was ich einfach mal ganz schnell dazu sagen muss. Ich weiss es bitte. Ah ja? Ja, danke. Okay, ich bin gespannt. Also, was ich sicher dazu sagen muss, bevor ich das mir richtig überlege. ist, an alle Menschen, die das hören, wenn es ein Event gibt, wo man noch Meet & Greet Tickets kaufen kann, machen es wie Isabel und kaufen das nicht. Ich finde es eine absolute Freiheit, dass es das gibt. Weil es ist oft nicht von Personen, die so richtig, richtig erfolgreich sind. Sondern es ist meistens so in so einem mittleren Segment, wo sie einen horrenden Preis verlangen, für das dann in irgendeinem grusigen Cafeteria-Raum, nein wirklich, 15 Stil aufgestellt werden. Mega helles Licht. Ja, die Person schnell hineinkommt, nicht einmal wirklich etwas sagt und dann so hinsteht, um schnell mit allen Fotos zu machen, was ich wirklich eine Freiheit finde. Weil bei der Größe, wo die Leute auftreten, könnten sie genauso gut noch schnell... After the Fans? Ja, nach der Show einfach noch schnell nachher. Das wäre ein normales Verhalten. Finde ich wirklich schlimm. Und Achtung, mein Lieblingsbeispiel ist, man sieht das mal, bei so einer RT-Doku ist es, bei der Lena Meyer-Landrut. Ganz tolle. Und das ist wirklich... Wo sie das Meet & Greet macht, das ist einfach der schlimmste Moment, Evo. Also, du weisst es bei mir. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Du hast sicher mehrere Antworten, wie wir alle. Ja. Aber ich denke, du fändest schon geil, Daniel Ricciardo zu treffen. Sicher. Ich weiss nicht... Er wird nicht in einem Meet & Greet-Setting. Ich glaube, du würdest ihn lieber einfach so treffen und mit ihm hängen. Formel 1-Fahrer. Gesehen. Ähm, ja. Ich meine, ich bin dieses Jahr wieder am Formel 1-Rennen gewesen. Dieses Jahr ist er sogar gefahren. Als ich das letzte Jahr gesehen habe, ist er gerade nicht gefahren, weil er seine Handverletzt hatte. Ähm. Und dort hat mich natürlich sehr gefreut, ihn zu sehen. So. Das ist ein Meet & Greet... Aber die Frage ist nicht, für wen würdest du zahlen, oder? Oder ist das die Frage? Ja, das ist jetzt aber ein bisschen der Punkt. Bei wem würde man es buchen wollen? Warte, ich schaue nochmal. Weil ich glaube, ich würde nie zahlen wollen, dass dann die andere Person weiss, ich habe dafür gezahlt. Das würde irgendwie so ein bisschen Machtgefälle geben. Weisst du, was ich meine? Ja, es ist dann eben schon mal eine ganz komische Situation. Ähm, genau. Meet & Greet buchen wollen. Also, ich glaube, ich gehe eher bei Verstorbene. Also, sie müssen auch jetzt noch verstorben sein. Okay. Dann kann man einfach so nebeneinander stehen und ein Fotos machen. Nein, ähm... Für... Also, ich meine, es gab natürlich im Comedy-Bereich gab es für mich ein paar Leute. Ich glaube, es ist wirklich eine Bereicherung für alle Menschen, die Robin Williams zum Beispiel kennengelernt haben. Mhm. Ja. So. Also, ich habe das Gefühl, das war jetzt einfach auch von seiner Art und eben, was den Menschen auch für Freude gemacht hat. Obwohl es nicht mein Lieblings-Comedian ist, denke ich so, von Verstorbenen wäre das sicher jemand. Mehr als, ich weiss doch auch nicht, George Carlin, den ich toll finde als Comedian. Aber ich glaube nicht, dass es Spass gesehen ist, mit ihm zu hängen, mega lang. So. Joan Rivers. Oh. Cool. Die hat sicher auch einfach einen super Entertainment-Faktor. Also einfach, wenn du dort stehst, musst du gar nichts machen. Sie unterhalten dahin bis zum Gehtnachmehr. Ähm... Das wäre jetzt so aus dem Comedy-Bereich. Oh doch, ich hätte jemanden, den ich zahlen würde. Das ist ein bisschen peinlich. Ja. Olivia Colman. Die lebt da. Ja, die lebt. Da würde ich zahlen, um sie zu treffen. Einfach in ihrer Presence zu sein. Ja. Ja. Ja, weil das ist dann so bei einem Conan, den ich absolut lieben würde, ihn zu treffen. Ich glaube nicht, dass ich ein Meet-and-Greed buchen wollte. Weil... Das sieht man auch in seiner Doku. Das findet er auch nur halb so geil. Ja. Du bist ja auch die Menschen, die du toll findest, nicht Nerven, dass sie jetzt mit dir irgendwie sein müssen. Genau. Genau. Also darum, wirklich, mir empfehle ich, buchen das nicht. Ähm, und ich weiss bei dir auch noch jemanden. Ähm... Ja, also, aus der Geschichte, oder was? Da gibt es hunderte. Nein. Ähm... Gegenwart. Sogar ganz bisschen Zukunft. What? Okay, warte. Das ist bald ein Konzert. Ah, Ryan Adams. Okay. Ja. Ja. Der wird spielen im Casinotheater. Ja. Im Mai. Irgendwo. Ich weiss nicht. Next year. Hast du geschrieben? Ich auch. Aber, ähm... Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, Isabel. Ähm... Ja, aber was bei ihr? Ja, was bei ihr? Mhm. Ich meine, abgesehen von mir. Abgesehen von mir. Ich habe kein Ticket müssen buchen. Ähm... Ja, gib uns eine geile Antwort auf das. Und, das muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ähm... Ich habe das, glaube ich, vorgestern gesehen. Ähm... Vielen, vielen Dank, Isabel. Du bist der erste Mensch, der auf meinem YouTube-Channel ein super Thanks gegeben hat. Ich habe nicht mehr gewusst, dass das geht. Großartig. Wirklich? Und, äh... Und, äh... Vielen Dank für, für deine Spand, sozusagen. Ein Comedian... Ähm... Ein Comedian gespannt hat. Das können andere auch machen, wenn sie wollen. Ja, einfach, dass ich es mir gesagt habe, weil der Podcast ist ja nicht so... Ähm... Ist ja nicht so, als würde das sonst kosten. Ja. Äh... 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 Instagram. Eine Antwort auf die letzte Mail von Isabel. Und zwar hier. Achtung. Da gestanden ist, ich finde gerade deine Mailadresse nicht. Und bin ein Instaboomer, habe ich sehr das Gefühl, ich kann das vorlesen. Also. Ähm... Ich fühle Isabel voll. Wo ich mich frage, ob sie jetzt von Indien zurück ist. Aha! Was? Lustig, stimmt. Das ist der gleiche Name. Ein Joke, den ich mache. Ich habe immer noch Bargeld und Plastikkarten im Portemonnaie. Ich habe keinen Twint oder Paypal oder so etwas. Ich traue dem Zeug auch nicht. Wenn ein Geschäft kein Bargeld mehr will, sollen sie mir in die Kappe scheissen. Dann... Dann kaufe ich halt nichts. Dann habe ich ein Problem, wenn ich keinen Umsatz machen möchte. Fair. Ja. Erster Teil. CTS habe ich gerade kürzlich zwei neu bestellt. Solange mein CD-Player, wo ich damals zur ersten Kommunion mit den schlimmen CDs bekam habe, noch läuft, los ich 12 cm Scheiben mit Lochner. Für so eine Vinyldinger hatte ich keinen Platz. Achtung. Sowieso bietet Lisa Stoll, Alphorn-Solistin, auch nur CDs an. Da schreibt er selber noch ein Smiley dazu. Weil... Dass ich keine Alphorn... Dass ich Alphornmusik los qualifiziert mich vielleicht auch als Boomer oder halt auch einfach ADHS mit speziellem Begeisterungskapier. Auf jeden Fall beruhige ich mich die sanfte Klang... Die sanfte, warme Alphornklang geben mir ein Gefühl von Geborgenheit und Heimat. Äh... Gerade in der schlimmsten Zeit in der Klinik mit Suizid auf einer anderen Abteilung... Ui... Hat mir die Musik von Lisa Stoll extrem geholfen. Dazumal noch via YouTube. Jetzt habe ich ja eben CDs als Notfall-Skill neben dem CD-Player neben dem Bett. Wenn nicht gerade zum drölfhundsten Mal die Programme auf YouTube schaue, wo auch sehr gut gegen Depressionen hilft. Anyway... Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Was ich eigentlich kann sagen, ich fühle Isabel voll und vollstes Verständnis für die Sachen, die sie schreibt. Ganz lieber Gis... Weiss ich, ob ich die Namen sage. Ja, finde ich sehr heikel. Also... Aber ist ein Herr. Genau. Vielen, vielen Dank für deine Message. Und... Lisa Stoll, Alphorn-Solistin, kenne ich jetzt nicht. Wir checken es nachher gerade aus. 100%. Genau. Ich kenne aber eine. Eliana Burki. Die spielt auch Alphorn. Okay. Ja, dort habe ich Theater gespielt. Und äh... Dort? Ja, ähm... Es war eine Theaterproduktion und sie war Stargast. Und dann haben sie, Achtung, Basler Fasnachtsklänge mit Alphorn vermischt. Okay. Jetzt wäre auch etwas für dich gewesen. Oh ja. Nein. Nein. Physische Cringe. Schon am passieren. Nur, wie du es mir erzählst. Eben. Darum habe ich es jetzt auch erzählt. Aber... Aber... Gibt es das irgendwo? Kann man das sehen? Ähm... Ich habe vielleicht noch so eine DVD... Wirklich eine DVD-Aufzeichnung. Was ist so an der Stelle? Schwierig. Ähm... Ich nehme jetzt mal an, die... Wie heisst sie? Lisa Stoll? Mhm. Das ist geil. Das ist eine Mischung von Lisa Christ und Lara Stoll. Voll. Ich bin auch dort. Gell? Ähm... Dass... Die trotzdem sicher auch auf einem Streamer ist. Das heisst, man kauft vielleicht CD als... Ich bin jetzt schnell die Solti. ...Unterstützung. Ich bin jetzt schnell die Solti. Aber machst du Solti? Ja. Solti. Ähm... Wo muss ich? Ich wollte gerade sagen, aber bis jetzt bist du... Bis jetzt bist du schnell. Ist sie auf Spotify? Auf Spotify ist sie schon mal. Tanz der Kühe. Lisas Träume. The Lion Sleeps Tonight. Woah! The Lion Sleeps... Oh mein Gott! Babe! The Lion Sleeps Tonight mit Alphorn. Das... Das geben wir uns noch als Sohn. Das wird... Das wird mein neuer Lieblingstrack. Sag ich dir. Lieber Herr, der da geschrieben hat. Ähm... Aber eben. Das heisst, man kann natürlich unterstützen mit dem Mercedes-Kauf. Aber... Ich weiss nicht, warum man noch CDs hören muss. Aber ich... will mit dem ja auf keinen Fall irgendwie missionieren und sagen, mach jetzt nichts mehr. Ich habe das letzte Mal nur einen Tipp geben. Das ist... Weil halt die Musikindustrie will, dass man nur noch streamt. Sie ist einem sehr viel einfacher zu machen, zum Streamen, als irgendetwas anderes. Das ist halt ein bisschen. Aber... In CDs... Gibt es auch noch einen richtigen Sturz für die Musikindustrie. Wenn man noch CDs verkaufen kann... Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch in der Comedy ein Strang, den ich nicht mehr mitgekriegt habe. Früher hast du noch Live-DVDs verkauft. Was nach den Shows? Ja. Das ist der Merch damals gesehen. Wenn du mein letztes Programm... Für 30 Franken gibt es meine DVD. Und äh... Das sind gute Stückzahlen gesehen, wo du dort noch losgekommen bist. Und die Leute haben dann wahrscheinlich nicht das Programm geschaut. Aber sie haben gefunden... Komm... Unterstützen wir. Kaufen wir noch das letzte Programm. Als DVD. Darum... Dort wäre ja sogar für die Musikindustrie Geld rum. Aber es gibt schon nicht mehr so viele, die CDs machen. Aber ähm... Vielen, vielen Dank, ähm... Dass du geschrieben hast. Und auch... Dass anscheinend mein Programm dir geholfen hat. Was mich sehr, sehr... Äh... Freude und inspiriert. Ich glaube, das sind die einzigen Nachrichten, die wir hatten. Wieso soll ich noch meine private Nachrichten vorlesen? Möchtest du noch? Nein, ist gut. Also meine Mails. Genau. Wo du irgendein... Irgendein Buch bestellt hast. Ja, das ist gerade gekommen. Ist es gekommen? Es hat gerade das Mail bekommen, dass es gekommen ist. Gesehen. Also, dann sind wir froh, dass... Das Mail... Du musst es nicht vorlesen. Ist okay. Ich glaube, es ist klar. Äh... Und nächste Woche ist dann wieder ähm... Normalfolge sozusagen mit Gast im Studio. Einen richtigen Gast. Und sollte... Das würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Also... Nicht, dass du nicht der richtige Gast bist, sondern... Nicht, dass du... Kein richtiger Gast. Genau. Ja. Du bist ein richtiger Gast gewesen. Und ich danke dir sehr, bist du dabei gewesen. Danke dir. Und ähm... Wünsch allen gute Zeit. Bis nächste Woche. Ja. Wünsch euch allen gute Zeit. Und äh... Und äh... Alles Gute für eure Besuche. Neh. Sehr gut. Und that's it. Bye. Tschüssi. Peace. Peace. Bye. Peace. Peace. Peace.